Hallihallo, hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Heute möchte ich euch eine Sour Cream Box zeigen in Form einer Möhre, passend zu Ostern. Nochmal in der Reihe Oster Countdown und da gibt es im Katalog etwas sehr schönes noch und zwar auf Seite 35 gibt es die Framelits Formen Kreative Kleinigkeit und mit denen kann man das ganz leicht selber zaubern. Das möchte ich euch heute zeigen. Dazu werde ich gar nicht viele Worte machen. Ich werde das einfach im Schnelldurchgang vorführen. Dann könnt ihr immer mal nachgucken wie es funktioniert und es selber einfach nachbasteln. Das sind die Framelits Formen und wir brauchen dieses Teil und dann wird dieses hier reingehängt. Das ist die Grundform. Gut, das machen wir dann mit der Big Shot jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Und deshalb würde ich euch das wirklich ans Herz legen. Wer das ein bisschen fester zusammenhalten will, kann da auch einfach nochmal ein bisschen Kleber reinmachen. Ein Glow dort oder irgendwas. Viel Spaß beim Nachbasteln. Vielleicht schafft ihr es. Vielleicht schafft ihr es noch bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.